Hi, mein Name ist Nico und ich versuche zusammen mit euch die richtige Buchtmaschine zu finden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit hier unten eine passende Kategorie auszuwählen, die euch interessiert. Da haben wir dann nochmal separate Videos zu den Maschinen, wo wir dann ein bisschen genauer darauf eingehen, was die Verwendungsbereiche angeht, was die verschiedenen Maschinen können, einfach ein paar Details, Spezifikationen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zusammen das Richtige für euch finden können. Bis zum nächsten Mal.